Heutzutage möchte jeder LED-Technik an seinem Anhänger oder an seinem LKW haben. Früher mussten wir noch aufwändig ein Steuergerät anschließen. Das ist bei unseren neuen Heckleuchten nicht mehr nötig. Durch das Ersparen des Steuergeräts habt ihr auch einen schnellen Einbau. Das heißt, ihr könnt einfach das Kabel dran machen an die Heckleuchte und sind sofort einsatzbereit. Ja, alle Funktionen sind in unseren Heckleuchten verbaut. Das hat natürlich einen riesen Vorteil. Es ist einfach Plug-and-Play und kann direkt losgehen. Hier haben wir unsere 5-Kammer-Leuchte. Das heißt, wir haben eine Schlusslichtfunktion, Nebelschluss, Bremslicht, Rückfahrlicht und Blinker. Mit dem 3 erkennen wir sofort, dass es eine Anhänger-Rückleuchte ist und es ist ein Multi-Volt-Produkt. Das heißt, wir können 12 und 24 Volt anklemmen. Die Anhänger-Erkennung ist integriert nach ECE 48. Das heißt also, ich brauche die, wie vorhin schon gesagt, Vorschaltgeräte nicht. Weiterhin habe ich eine wechselbare Lichtscheibe. Die ist beidseitig verwendbar und die findet ihr bei uns im Katalog. Sie ist auch dem Artikel verknüpft. Genau. Des Weiteren ist hier neu unser Standlicht. Das ist in der Innovative Glowing Body Technology. Das ist eine neue Standlichtart. Dann haben wir noch die Möglichkeit mit dem dynamischen und sekretiellen Blinker. Das heißt, hier ist es so, dass der Blinker quasi rüberläuft. Und als letztes haben wir noch eine intelligente Teilabschaltung. Das Bremslicht, wenn ihr die Nebelschlussleuchte anschaltet. Ja, das alles ist in der Schutzklasse IP69K und ADR und GGVS geprüft. Hier haben wir jetzt unsere drei verschiedene Modelle mal aufgezeigt. Das heißt, hier einmal der ganz einfache. Da habe ich einfach nur meinen siebenpoligen Anschluss von meinem Anschlusssatz. Ja, dann haben wir hier die mit der integrierten Umrissleuchte. Die integrierte Umrissleuchte ist noch mit dem Haltewinkel mit einer Sollbruchstelle ausgestattet, so dass hier auch nichts passieren kann, dass mir nicht die ganze Leuchte kaputt geht. Korrekt. Und hier haben wir dann quasi noch mal die große Leuchte. Die Anschlüsse hattest du bei deinem Modell ja auch schon dran. Das heißt, einmal wieder unseren siebenpoligen Anschluss plus noch hier mehrere Anschlussmöglichkeiten. Auch zum Beispiel mit der Side Marking Control Gear. Auch der gemäß der EC48 direkt integriert. Ja, bei unserer Ersatzlichtscheibe. Plug-and-Play, beidseitig montierbar, wie erwähnt. Das heißt also, ich habe im Endeffekt hier noch die Hilfen zu montieren und dadurch wird mir die Montage extrem erleichtert. Genau. Super einfaches Klicksystem. Auch mit den Verbindungen ist nichts vonnöten. Das heißt, wir brauchen hier auch nicht hingehen, brauchen irgendwelche Kabelverbinder anschließen oder irgend sowas, sondern es ist alles vorbereitet. Also alles in allem eine einfache Montage. Das Gegenstück der Heckleuchte findet ihr immer passend zum jeweiligen Artikel bei uns im Online-Katalog. Und achtet bitte auf die Anschlusstechnik. Ist aber auch bei uns im Online-Katalog hinterlegt, dass ihr das passende Modell habt.